Partie, Partu, Partie, Partie, Partu, Partie, Partu, Partie, Partu, Partie, Partu, und jetzt die Schikane! Partie, Partu! Jawohl! Willkommen, Kleiner. Heute ist Ihr erster Tag. Ihr Rufname lautet RP01-138 Äh, willkommen zu Star Wars. Keine Ahnung, wie das Game heißt. Dieses Kind ist ein Baby. Das sieht man so schön an den Händen hier, ne? Ihr Rufname ist... Und dann irgendeine behinderte Nummer! Es ist mal abgesehen davon, dass ich ein Baby auch seinen richtigen Namen nicht merken kann, so wie das aussieht. Das ist fünf Minuten alt vielleicht. Bestimmt merkt sich das dann so ein scheiß 30 Kilometer Code. Benennt den doch direkt nach seinem fucking E-Bahn. Schnauze! Boah, kann diese Fotze mal ihr Maul halten. Irgendwann später. Die sind also auch behindert. Boah, dieses Spiel ist anders e-Rapet. Halt die Fresse! Es herrscht Krieg in der Galaxis. Wirkt mich noch echt gar kein bisschen. Schnauze! Und werde sämtliche Einsätze, die sie erhalten, von nun überwachen. Ich hab gesagt, du sollst die Fresse halten! Tschüssi! Ach nee, das ist mein Mate. Sunfick darf nicht entkommen? Okay. Ja, das wirkt mich doch nicht echt gut ab, ne? Ach nee, das Ding messern ist jetzt doch nicht das, was wir brauchen. Boah, diese Stimme geht mir so krank auf den Sack. So. Also, die sind die ganze Zeit inkompetent. Und dann, wo ich die jetzt fisten will, dann kommt da kurz... Okay, die wollten kämpfen. Was, hört mal, wir brauchen einen Arzt? Kein Ding, ich bin nebenberuflich auch Arzt. Das sollte helfen. Hallo! Lol, ich kann sogar wirklich Klone erschießen. Ciao! Ich mag das Spiel jetzt doch irgendwie ein bisschen wieder. Deine Mutter begibt sich in feindliches Gebiet. Ja, und das juckt mich jetzt genau. Warum? So, ganz kurz. Wer hat gesagt, wenn die wirklich so gut sind? Du hast gesagt... Du hast nicht gesagt, die sind so gut, die werden den Krieg gewinnen, sondern wenn die gut sind. Hi. Hi, 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 hi. Hallo, ich bin auf eurer Seite, wie ihr gerade gesehen habt, ihr Missgeburten. Warte. Danke. Ich hab ein nices Aim, wollte ich nochmal kurz angemerkt haben. Guten Tag! Hoffe, es geht schlecht. Boah, die Typen sind aber wirklich betadet. Freut mich sehr, ich hab gleich meine Kugel in deinen Kopf geladen, du Missgeburt. Warum muss ich eigentlich da rangehen, um dem anderen zu sagen, geh da mal hin und fick den. Das war gerade, by the way, seriously geplant. So, ziemlich auf aller Wackpa-Basis, ne? Piss dich, ich will mich healen. Mich danach wieder in die Luft zu jagen. Boah, bist du hässlich, verpiss dich. Delta-Leader, ihr primord rates. ... ...